Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch erwähnen wollen. Herzlich willkommen zurück zu War on the East und wir sind immer noch im Zug 85, denn wir werden jetzt noch den feindlichen Zug uns anschauen. Ich habe soweit alles gemacht, nochmal natürlich ein bisschen durchsortiert, durchgeordnet bei den einzelnen Armeen und Korps, vor allem bei den, hatten wir ja unten ein bisschen hier im Süden so ein bisschen die Probleme, gerade bei der dritten Panzerarmee und bei der ersten Panzerarmee ein bisschen durchsortieren, aber da sieht es mittlerweile auch wieder recht stark aus. Ich habe noch relativ viel Wert drauf gelegt, ich habe bestimmt im rückwärtigen Raum, auch wenn es nicht so aussieht, ich habe bestimmt im rückwärtigen Raum 20, 25 Depots aufgelöst, das sind immer noch so viele, aber da habe ich auf alle Fälle schon mal ein bisschen ausgedünnt, um mehr LKWs mit an die Front zu bekommen und ich habe auch die ein oder andere befestigte Zone aufgelöst, die haben ja dann doch zu viele Ressourcen auch gezogen, denn mir ist jetzt doch relativ klar geworden und ich stehe nach wie vor zu meinen kleinen Gegenstößen und Abnutzungsangriffen, aber ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich wieder den Nachschub mit an die Front bekomme, es sieht an einigen Teilen doch relativ schwierig aus, mal schauen, vor allem hier unten im Raum Stalingrad. So, dann führen wir mal den gegnerischen Zug aus, End Without AI Depot Management und dann schauen wir mal, auch hier möchte ich natürlich erst mal wieder auch sehen, in der Phase, das ist die Logistikphase hier der Sowjets, wo die Sowjets ihre Luftwaffe verstärken, denn das ist für mich, denke ich, schon mal ein wichtiges Zeichen oder Hinweis darauf, wohin die Sowjets ihren Schwerpunkt verlagern werden. Es sieht ja die letzten ein, zwei, drei Runden doch so aus, als wenn der Süden von der Priorität her nicht mehr ganz so wichtig wäre für die Sowjets und sich im Raum östlich, also im Großraum östlich von Moskau, deutlich größeren Schwerpunkt bildet, sowohl bei der Luftwaffe, als auch, wir haben jetzt auch schon relativ viele gepanzerte Einheiten gesehen, mechanisierte Einheiten, Panzerkors, die oben im Norden jetzt auch gesichtet worden sind, obwohl es so bewaldet ist, also mein Gefühl sagt mir, dass ich mich wahrscheinlich eher auf den Bereich ein bisschen konzentrieren sollte. Schauen wir mal, Luftwaffe, ja, man kann natürlich jetzt hier nur einen Teilbereich sehen, das ist immer das Problem hier bei dieser Zugphase, aber es sieht für mich danach schon danach aus, als wenn wir größtenteils Luftwaffe im Sektor, ja, groß, 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 groß Raum von Moskau sehen. Sowjets fliegen ihre Angriffe. Haben schon 61 Verluste erlitten, 53 durch Luftgefechte, Luftkämpfe, bedeutet 53 Piloten sind auch weg. Das ist nämlich auch wichtig, nicht nur die Maschinen sind wichtig, sondern dass die Sowjets auch möglichst viele Piloten verlieren, das heißt, es kommen bloß noch neue Piloten nach, die nicht so gut ausgebildet sind. Spielt alles hier in diesem Spiel wie alles. Also hier in diesem Spiel spielt wirklich alles irgendwie eine Rolle. Gary Grigsby und das Team haben, gut, man muss sagen, natürlich sagen, im Laufe der Jahrzehnte, es ist, glaube ich, die dritte Iteration dieser War in the East Serie sozusagen, die hieß aber früher ein bisschen anders, Eastern Front, glaube ich, und da steckt schon unglaublich viel Tiefe drin. So, Auer, Angriffe geht los. Jetzt war ich so vertieft in meinen Geblabber. 38.000 Mann hier greifen die 328 Influoridevisionen an, knapp 1 zu 1,2. Defender Fall Level reduced zu zero. Ja, wir sind hier also quasi in so einer Eckstellung. Wir konnten, wir wurden angegriffen aus 1, 2, 3 Richtungen plus eine Reserveaktivierung. Hier, was ist das? Garnslide Rocket Battalion ist es nicht, die hier, Garnslide Rocket Brigade ist es, die mit angegriffen hat. 1.586 Mann Verluste bei den Sowjet-6-Panzer, 252 bei uns, aber gerade so gehalten. Der zweite Angriff, denke ich, wird die 328. Infanteriedivision nicht mehr durchstehen. Hoffen wir mal, dass wir da hier ihre Munition und Einheiten haben. Ne, kommt ein weiterer Angriff. Wir haben aber Gott sei Dank eine Reserveaktivierung. Hier die 18. Panzerdivision. Reserveaktivierung hilft hier aus. Ist in dem Fall natürlich gut, kostet uns aber natürlich auch wieder Vorbereitungspunkte, Munition, Treibstoff. Aber gut, wir müssen natürlich die Stellung einfach erstmal halten. 27.000 hier gegen 23.628. Die Sowjets mit 31 Mann Verlusten, wir mit 306 Mann Verlusten. Den Angriff haben wir gestoppt auf 671 Meter. Wahrscheinlich hat ja die Artillerie ihre Wirkung gezeigt. Trotzdem konnten wir diese Eckstellung noch halten. Und es geht weiter. Jetzt muss ich schauen, wo wir sind. Südöstlich von Moskau. 27.000 Mann hier greifen die 323. Infanteriedivision an. Wir sehen oben eine Menge Bomber. Die wurden aber schon 17 Jagdflugzeuge der Sowjets abgeschossen und sieben Bomber von 38. Bleibt das auch so? Gut, wir haben gehalten. 1 zu 6. Die 323. Infanteriedivision. Das auch in einer Stellung, die nur mit einem Befestigungsstufe 1 ist. Also ein sehr gutes Ergebnis, wie ich finde. 514 Mann Verluste bei den Sowjets. Ein Panzer. Wichtig ist aber. 20 Jagdflugzeuge verloren. 12 Bomber verloren. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Während wir bloß zwei Jagdflugzeuge und einen Bomber verloren haben. Kann ich hier von einem sehr guten Ergebnis sprechen. So kann es gerne weitergehen. 35.000 Mann hier treten an gegen die 167. Infanteriedivision. Keine Reserveaktivierungen. Da hat es da oben wieder. Ist das hier bei der. Jetzt muss ich direkt schauen. Ist das wieder diese Eckstellung? Ja, das ist wieder diese Eckstellung, wo wir vorher waren. Also nicht ganz. Linkseitig. Im Anschluss die 167. Der 740 Verluste bei den Sowjets haben gehalten mit 1 zu 2,1. Eigene Verluste 174 und 8 Jagdflugzeuge bei den Sowjets weg. So kann es weitergehen. Oh, das ist hier Not gegen Elend. Die 47. Gebirgsjägerdivision greift unsere... Man continue. Greift unsere 328. Infanteriedivision. Ah, das ist wieder diese Eckstellung. Die ist ihnen anscheinend sehr, sehr wichtig. Ich muss das auf alle für den Fokus behalten. Im Auge behalten. Die 328. Infanteriedivision hat bloß noch knappe 10.000 Mann. Die Sowjets greifen aber auch bloß mit knapp 10.000 Mann an. 516 Mann Verluste bei den Sowjets 148 bei uns. Ja. Bis jetzt passt zu dem, was ich vermutet habe, dass der Schwerpunkt Richtung Norden sich verlagert hat. So, jetzt sind wir südlich der Eckstellung. Die 663, die wird hier angegriffen, mit knapp 20.000 Mann 1 zu 3,8 gehalten. Die Sowjets mit knapp 700 Mann Verlusten. Beide Jagdflugzeuge verloren, die dabei waren. Ja, also da ist auf alle für den Druck. 14.818 Mann gegen die 363. Erneut hier. 331 Mann Verluste bei den Sowjets. 112 bei uns. Wir können aber auch hier schon sehen, was wir in der letzten Runde beobachtet haben, dass die Verlustzahlen der Sowjets doch immer geringer werden, was die bei diesen Angriffen angeht. In Blizzard-Verhältnissen war es noch deutlich mehr. 1 zu 2,8 hier gehalten. Ja gut, die greifen hier mit der 366. Schützendivision an. Die hat bloß noch 7.940 Mann. Dass sie da nicht... Ja, den Angriff können wir auch stoppen hier bei 647 Meter. Also sehr, sehr weit entfernt von unseren Stellungen. 1 zu 2,8. Das Ergebnis ist sonst nicht weiter der Rede wert. 23.000 Mann hier gegen die 34. Infanteriedivision. 1 zu 3,5. Recht eindeutig gehalten. 579 Mann Verluste. Fünf Jagdflugzeuge verloren. Auf unserer Seite sind es bloß 40 Mann. Allerdings haben wir auch drei Bomber verloren. Ich muss vielleicht mal schauen bei der Luftwaffenphase, ob ich, wie ich meine Unterstützung der einzelnen Fliegerkorps eingestellt habe, wen die unterstützen. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen spezifischer werden. Hier wird die 8. Panzerdivision angegangen. Hier in Wellen verschanzt und in der Stellung mit Stufe 3. Da wird nicht viel passieren. Ne. Knapp 856 Mann Verluste bei den Zorwitz. 4 bei uns. Ja, damit kann man natürlich leben. Ein Angriff auf die 331. Infanteriedivision. Jetzt muss ich direkt mal kurz schauen. Wo sind wir hier? Okay. Süd-südöstlich von Moskau. Bei Tambov. 587 Mann Verluste bei den Sowjets. 54 auf unserer Seite. 1 zu 8,8. Wie viele haben wir denn angegriffen? Eine Division, zwei Brigaden. Ich hoffe, dass es mal ein gutes Zeichen ist, dass nördlich von Moskau letzte keine Angriffe waren, aber die können natürlich immer noch kommen. Hier ein Angriff der 16. Armee mit 14.000 Mann. Also gut, die 66. Kavaleriedivision greifen hier die 34. Infanteriedivision an. Wir können auch schön sehen hier drüben links, dass wir recht viel Unterstützung erhalten haben. 197. Sturmgeschützbataillon, 159. Haubitzenbataillon und ein weiteres Haubitzenbataillon, eine schwere Werferbataillon. Also können wir sehen, dass wir ganz gut unterstützt worden sind hier von unserem Chor. Verluste auf beiden Seiten äußerst gering. Da passiert nicht viel. Die Sowjets haben sich also sehr frühzeitig auch zurückgezogen aus dem Gefecht. Nochmal Angriff auf die 331. 1 zu 5,1. Jetzt sind die Verluste schon mal ein bisschen höher bei den Sowjets mit 335. Aber insgesamt, die Verlustrate bei den Sowjets wird immer geringer von Runde zu Runde. Macht mir ein kleines bisschen Sorgen. Ich hatte schon gehofft, dass es so weitergeht. So, ich hätte mal den Norden Moskaus nicht ansprechen dürfen, denn da sind wir jetzt. Wir sind jetzt hier sogar nördlich des Erebinski-Reservoirs. Ja, da hat sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen was getan. Wir stehen allerdings ziemlich gut drin in tiefen Wäldern, auch mit guten Verschanzungsstufen. Hier die 217. Infanteriedivision hat gehalten. Mit 14.000 Mann gegen 22.000 Mann 1 zu 2,4. Verluste bei den Sowjets 769 Mann. Interessant und auffällig ist, dass hier... Ja gut, ich habe keine Luftwaffe da oben. Ja, logisch. Da muss ich mal überlegen, ob wir da oben, je nachdem wie die Schlagtehrangriffe sind, ob wir nicht Luftwaffe noch nach Scherepovets oder so verlegen. Bei Jagdpfleger. 1 zu 2,3. Angriff auf die 217. Die sind ja nicht eingegraben, gar nicht. Aber die stehen in den tiefen Wäldern. Geringe Verluste bei den Sowjets 136. Geringe Verluste bei uns. Mit 67 Mann der Angriffe wurde auch bei 464 Metern gestoppt. Also da stehen wir recht gut drin. Was haben wir denn hier? Die 27. Schützenkorps und die 8. Schützendivision. Es müssten nun drei Chors da oben unterwegs sein. So, die 376. Infanteriedivision musste zurückweichen. Interessant. Ja, die steht auch schlecht da. Die hat bloß noch 8.900 Mann. Gegen 20.000 Mann, da tun sie sich auch in den schweren Wäldern natürlich schwer. Oder tiefen Wäldern schwer. Hm, gut. Wir können uns natürlich zurückfallen lassen in eine gut ausgebaute Stellung hier östlich von Scherepovets. Trotzdem dringend die 376. Infanteriedivision muss hier raus. Muss ich irgendwie austauschen. Problem hier oben ist natürlich nach wie vor Nachschub, den ich hier einfach nicht hinbekomme. Und wieder relativ geringe Verluste auf beiden Seiten. Wir konnten aber hier auch ordentlich halten. Mit der 251. Infanteriedivision gegen eine Brigade und eine Division. Okay. So, jetzt geht's los bei Rybenski. Bei Rybensk. 1 zu 2,3 gehalten. 824 Mann Verluste bei den Sowjets gegen die 122. Infanteriedivision, die lediglich 137 Mann verloren haben. Da können wir gut damit leben. 1 zu 2,9 hier gegen die 385. Infanteriedivision auch ordentlich gehalten. 815 Mann Verluste bei den Sowjets. Was auch jetzt hier wieder in dem Bereich natürlich auffällig ist. Hier, wir haben hier keine Jagdunterstützung. Das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Da muss ich irgendwas machen. Im Norden. Luftwaffe im Norden. Vielleicht sind die Jäger auf Unterstützung für eine andere Armee eingestellt oder sowas. Aber dass hier überhaupt keine Jäger aufsteigen. Denn wir haben hier Jäger stehen. Ein Jaroslawel. In Rybensk kann man Jäger stehen. Ja, auch hier steigen wieder keine auf. Das Wetter ist jetzt auch nicht so schlecht, oder? Beim Schneefall. Jetzt habe ich mir das Ergebnis nicht angeschaut. 1 zu 3,2 hier gegen die 106. Infanteriedivision. Wieder keine Jäger aufgestiegen. Da muss ich dringend was ändern. Wobei die Sowjets natürlich jetzt auch nicht viele Flugzeuge hier mit ranbringen mit 14 Jägern. Bomben sind gar nicht dabei. 366 Mann Verluste bei den Sowjets. Hier 520. 838 Mann Verluste gegen die Sowjets. Gegen die 58. Infanteriedivision. Gut gehalten. 1 zu 2,3. Befestigungsstufe 3. Das hält. Die 58. Infanteriedivision steht auch gut da mit 16.000 Mann. Einmal andere Divisionen, die auf 8.000 Mann runter sind. Da muss man natürlich aufpassen. So. Okay, jetzt wird es interessant. Die 269. Infanteriedivision, die hatten wir vor ein paar Runden mal in dieses Hexfeld mit dem Sümpfen gesteckt. Da war die Verteidigung eigentlich relativ gut. Trotzdem, ja okay. Mit 11.000 Mann, also knappe 12.000 Mann hier gegen 47.000 Mann ist natürlich auch wie ein Kunststück, das zu halten. Die Sowjets haben aber immerhin 845 Mann gelassen müssen. Weil die Verluste bei der 269. sind auch recht hoch, sind mit 411 Mann. Dafür haben wir noch 41 Panzer abschießen können, das ist nicht schlecht. Aber hier oben kommt Bewegung rein. Bei Iwanovo. Die 206. Infanteriedivision jetzt im Abwehrkampf gegen 25.000 Mann. Jetzt haben wir hier 2. Schützendivision, 19. Kavaleriedivision und noch irgendwas weiteres. Irgendwas Motorisiertes. Ich muss gleich mal schauen. 1 zu 2. Jetzt wird es aber zäh hier unten. 308 Mann, Verlust bei den Sowjets. 219 auch bei uns. Aber hier greift die Jagd die Luftwaffe wieder. Wir haben 9 sowjetische Jäger abgeschossen, 5 Bomber. Warum greift die hier und woanders nicht? 1 zu 2. Relativ knapp gehalten. Also es wird interessant. 18. Schützenbrigade greift die H1 mit knapp 6.000 Mann gegen 28.000 Mann hier. Das ist natürlich... Warum macht er denn das? Was ich mich frage ist, warum wir überhaupt die Reserveaktivierung hier haben. Die Leibstandarte hier wird Reserve aktiviert. Die 269. Infanteriedivision hätte der wohl locker halten können hier gegen die 18. Schützenbrigade. Da hat der Kommandeur, wie ich finde, einen Fehler gemacht. Die hätte er nicht dazunehmen dürfen. Macht überhaupt keinen Sinn. 0 zu 0. Warum ist das hier so ein 0 zu 0? 810 Mann Verluste bei den Sowjets. 21 Panzer verloren. Also alle, die sie hatten. Gegen 90. Aber warum ist das ein 0 zu 0? Eigenartig. Es geht auf die 61. Infanteriedivision. Hier südöstlich von Ivanovo. 27.000 Mann greifen an gegen 15.000 Mann in... Ich wollte gerade sagen, in gutem Stellungssystem. Wir haben aber bloß so ein mittelmäßig Gutes mit Stufe 1. Also es ist vorhanden. Aber eindeutig zurückgeschlagen mit 1 zu 6,3. 1.000 Mann Verlust bei den Sowjets. 110 Mann bei uns. So kann es wieder weitergehen. 32.000 Mann hier nochmal gegen die 61. 1 zu 3,7. Auch den zweiten Angriff hier abgewehrt. Verluste bei den Sowjets. 5 Jagdpfleger. 550 Mann. Und 103 auf unserer Seite. Auch das ein gutes Ergebnis. 269. Verteidigt hier gegen... Ach, gegen 8.400 Mann von zwei Kavallerie-Divisionen. Natürlich locker gehalten. Ein Angriff auf die 26. Infanterie-Division. 425 Mann Verluste bei den Sowjets. Aber auch 445 Mann Verluste bei uns. 1 zu 2,4. Vielleicht wird... Ich hätte zumal, dass die dritte Artillerie-Division hier wahrscheinlich auch einen maßgeblichen Anteil daran hat. Dass wir uns hier nicht so gut verteidigen konnten. 27.000 Mann hier gegen die 227. Infanterie-Division mit 16.000 Mann. 1,3 zu 1. Also können wir froh sind, dass wir es jetzt hier gehalten haben. Ja, die Verluste sind bei uns jetzt auch hoch. 700 Mann Verluste bei uns. 991 bei den Sowjets. Interessant, dass die Verlustzahlen sich immer mehr angleichen. Auch hier wieder 79 Verluste bei uns. 70 bei den Sowjets. 1 zu 1,6 gehalten hier. 36.000 Mann haben angegriffen. 12 mit... 15.000 in der Verteidigung. Und wir sehen auch, die Sowjets hören ihre Angriffe natürlich auch deutlich früher auf. Attack halted at range 6... Also bei 670 Metern wurde der Angriff eingestellt. Also haben sie sich frühzeitig zurückfallen lassen. Was natürlich Verluste erspart. Vor allem auch beim Rückzug. 1 zu 5,8. Gut, das war nicht der Redewert. Was haben wir hier? Die 4. Verte Kavallerie-Division. Vielleicht geht es hier auch bloß um Aktivierung von Reserveeinhalten oder sowas. 17.000 Mann gegen die 269. Und das war es mit der 269. Wir hatten schon ein paar Gefechte mit der, oder? Können wir uns das nachher nochmal genau anschauen. Das war das dritte, glaube ich, jetzt. 447 waren Verluste. 19 Geschütze haben wir verloren. Die Sowjets mit ganz geringen Verlusten. Hier 7 Panzer, 168 Mann. Jetzt muss ich schauen. Ja, genau. Die 269 war die Einheit, die schon hier aus den Sümpfen vertrieben worden ist. Versuchen sie da irgendwie durch die offene Fläche durchzukommen. Ja, auch wieder ganz geringe Verlustzahlen hier. 20 bei den Sowjets. 116 bei uns. Vielleicht durch die Panzerversorgung verursachte ich das 208. Separate Tank Regiment. Unabhängige Panzerregiment. 1 zu 3,1 hier gegen die 6 Infanterie-Division. Da habe ich 40.000 Mann gegen 16.000 Mann auf unserer Seite. Ja. Die Verlustzahlen gleichen sich an. 16.000 gegen 15.000. Können wir hier halten. So, jetzt geht es in den Süden. Ich bin gespannt, ob in Stalingrad auch Angriffe stattfinden werden. Das ist ja südlich von Tambov. Die 292 Infanterie-Division hält hier eindeutig mit 1 zu 9,2. Auch wieder relativ geringe Verluste bei den Sowjets. Keine Jagdflieger unterwegs. Keine Bombe unterwegs bei den Sowjets. Dann die 81. Infanterie-Division gegen 40.000 Mann im Einsatz. Das könnte spannend werden. Wobei wir sind hier eingegraben auf Stufe 3. Doch, es wird spannend. 1 zu 1,1. 1.500 Mann Verluste bei den Sowjets. 38 Panzer von 62. 62.000 gegen 330 Mann Verluste auf unserer Seite. Und drei Panzer. 1 zu 1.1. Ja, schon knapp. Schauen wir mal, ob da noch weitere Angriffe kommen. 1 zu 6,6. 321 Mann Verluste hier auf der britischen Seite. Und bei der 252. Infanterie-Division gerade mal 56 Mann. Auch hier wieder zu sehen. Keine Flugzeuge im Einsatz. Ich denke, ich kann tatsächlich noch die Flugzeuge verlegen aus dem Sektor. 1 zu 3,5 hier bei der 81. Jetzt habe ich die Pause nicht aktivieren können. Jetzt mal schauen. Ich habe das Gefühl, das ist gerade ein bisschen laut. 1 zu 4,4. Eindeutig gehalten. Hier die 68. Infanterie-Division. 36.000 Mann gegen 16.000 Mann. 873 Mann Verluste. Ihr seht aber schon, ich bin nicht mehr so euphorisch wie die letzten Runden. Da hatten die Sowjets enorme Verluste. Jetzt sind sie eher moderat. Das war's. Wieder keine Angriffe im Raum Stalingrad. Könnte natürlich wirklich belegt dafür sein, dass sie einfach immer mehrere Wochen brauchen, um einigermaßen Munition und Nachschubrand zu karren. Dann haben sie für zwei, drei Wochen einigermaßen Substanz da, um Angriffe führen zu können. Und dann müssen sie einfach wieder warten, bis sich Depots neu aufgebaut haben. Wir werden mal schauen. Ich denke, dass wir in dieser Runde auch an den meisten Frontbereichen etwas kürzer treten werden müssten und sollten. Außer im Raum Moskau vielleicht. Aber das kann man sich auch noch anschauen. Da würde ich jetzt sagen, hier mache ich erneut eine Pause. Und wir schauen uns dann an, wenn die deutsche Logistikphase eben rum ist. Wie gesagt, hier gibt es nichts Interessantes zu sehen. Wir sehen uns dann, sobald wir dann mit dran sind. So, das war es auch mit der deutschen Phase. Die Turn-Summary schauen uns dann im neuen Zug an. Aber was wir natürlich jetzt noch machen werden, ist uns die Verluste anschauen. Diese Runde bei den Sowjets. Geringe Verluste. 46.000 Mann. Wir hatten ja auch schon über 100.000. 25.000 Mann auf unserer Seite. 50 gepanzerte Fahrzeuge verloren. Die Sowjets haben 544 Fahrzeuge verloren. Das ist auch weniger als erhofft. Nicht so gut. Gut, hier die Phase gewesen. Die Sowjets haben insgesamt 301 Flugzeuge verloren. Davon 190 durch Luftkampf und 105 durch Operational Losses. Wir haben 111, also das Verhältnis ist nur noch 1 zu 3. Also bei der Luftwaffe sieht es nach wie vor gut aus. Können wir hier drüben schauen, was wir an, was die Sowjets eigentlich diese Runde alles an Panzern verloren haben. Oder beziehungsweise wir an Panzern verloren haben. Hauptsächlich, wir schauen mal runter. Wo sind sie? Current Turn. Wo sind sie denn jetzt? Ich sehe sie gerade nicht. Armut Cars. Hauptwitzen. Panzer hier oben. Hier, okay. Eine Menge Panzer 3 in verschiedenen Ausführungen. 4, 5, 6, 10, 14, 27 Panzer 3 verloren. 31 Panzer 3, 1 Panzer 4, 1 Panzer 2 sind immer noch unterwegs. Aufklärungspanzer in dem Fall. 5 Panzer 2 waren das. Ja. Und bei den Sowjets. Und bei den Sowjets, wie schaut es da aus? Sturmgeschütze. Wir haben 3 Sturmgeschütze verloren. Stuk 3 Bs. Und bei den Sowjets. Und bei den Sowjets. Und bei den Sowjets. Und bei den Sowjets. Mit was kämpfen die momentan vorrangig? 274 T-34, 19, 42 verloren. Ah, es sind auch schon die ersten T-34, 43 da. 22 Stück haben sie da verloren. M3 Lease, also Land Lease Panzer. Und Mathilda Panzer. Mathilda 2 Panzer verloren. Also Land Lease Panzer 25 Mathildas. 19 Lease. 7 Valentines, ebenfalls ein Land Lease Panzer. 8 KV 1er, also diese schweren Panzer. 25 KV 1er 41. Und 127 T-70. Ja, interessant. Dann würde ich sagen, haben wir es hier für den Gegnerzug. Ich schaue mir jetzt nochmal einmal ganz kurz die Gefechte an. Beziehungsweise wie viele Gefechte gab es denn insgesamt? 47. Ein bisschen weniger. Und davon mussten wir an drei Stellen zurücktreten. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wo das überall genau war. Einmal hier oben. Genau da wurden wir zurückgeworfen beim... Ne, da wurden wir nicht zurückgeworfen. Hier war es. Genau, die 376 sind vierte Division. Die muss hier auch raus, gell? 2,6 zu 1. Dann den zweiten Rückzug hatten wir... Ebenfalls hier oben. Ich schaue gerade, wo... Ah ja, hier drüben. Und den dritten Rückzug. Ja, das waren die hier oben alles im Norden. Ja, gut, ich bin schwach da oben. Und die Sowjets sind offensichtlich... Werden immer stärker. Wie stark sie werden. Ich hoffe, dass wir mit der Aufklärung hier in der nächsten Runde ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Das Wetter ist momentan Schneefall. Okay, kann man auch nicht so viel fliegen. Gut, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Runde. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf allerlei Schlachtfälle. Macht es gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. 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 seinen� Schin... Vielen Dank.